Herzlich Willkommen zurück im dunklen Schloss von Hyrule. Nachdem ich mich im letzten Teil gefragt habe, ob wir das Schloss jetzt einfach so verlassen können, habe ich die Antwort inzwischen gefunden. Sie ist... Jein. Wir müssen erst einen Teil schlagen, müssen es aber nicht vollständig machen. So viel habe ich herausgefunden und mit dem Wissen... ...werden wir das Schloss nun hoffentlich meistern. Ich nehme mal den magischen Boomerang auf A und das Schwert auf B. Oh, hi. Hi, nichts. Schön, dich da zu sehen. Na, Digger? Oh, er ist tot. Da, da, Flammen. Die kriegen mich nicht. Ich bin viel zu geschickt. Ah. Yeah, ein Glücksfragment. Oh, wow. Ne, das Glücksfragment hat nicht die roten Flammen verschwinden lassen. Ich hatte so kurz gehofft. Oh, na, well. Kriege ich was, wenn ich alle von denen töte? Nein. Na dann. Dann kann ich hier ja auch zu Minish werden und... ...hoffen, dass mir das was bringt. Ich bezweifle, dass ich die Treppe runtergehen kann. Ich bezweifle es zu Recht. Oh. Oh, das kann mir gar nichts als Minish. Aber ich wette, das Feuer hier kann mir was. Schneller, Link. Schneller. Ähm. Aha. Da, 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 da. Dann falle ich halt hier einfach runter. Vielleicht kann ich ja da unten was machen. Waaaaah. Da, 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 da. Da, 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 da. Ein Minishloch. Ich sollte auf das Lied nicht mitsingen, aber... ...ja, das läuft doch schon ganz okay. Hier kann ich ja auch wieder groß werden. Wunderbar. Und was macht dieser Schalter? Er öffnet beide Türen. Fati hat hier ein Gefängnis gebaut, das man von innen öffnen kann. Auf beiden Seiten. Was ein Vogel. Hallo, König. Oh, hi. Willst du Fragmente verein? Nein. Ach. Navig. Du hast mich also gerettet. Aus dir ist wahrlich ein Held geworden. Wer in dich versteinert hat, war es in dem Schloss schlimme Dinge passiert. Ist das alles Fatis wert? Ich bin der König und ich muss Fati besiegen. Doch kann ich gegen ihn nichts ausrichten. Navig. Du hast das heilige Schwert. Du bist unsere einzige Hoffnung. Bitte rette Zelda. Mit dem Schlüssel kommst du aus dem Verlies. Kleinen Schlüssel erhalten. Er öffnet verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon. Warum hat der König den Schlüssel? Also hat Fati den König versteinert, ihn dem Schlüssel zugesteckt, ihn dann in ein Gefängnis eingesperrt, das man von innen öffnen kann. Und so weiter. Oh. Wunderschön. Eine Falltür. Ich bin erstmal schön drauf reingefallen. Dadadam. Jetzt komm schon. Mach die blauen Blammen weg. Dankeschön. So. Dann wird ja wohl sich diese Tür hier auch nicht öffnen lassen. Alles Trolltüren. Oh, hauaha. Wo bin ich denn jetzt? Oh, da ist eine Truhe. Glücksfragmente erhalten. Die Fragmente sollen Glück bringen. Dungeonkarte erhalten. Betrachte die Karte. Blauräume. Ja, das weiß ich inzwischen. Ich bin kurz am Ende des Spiels und die erklären mir nochmals die Karte. Was ist das denn für ein Raumwirrbar? Aber okay. Ich gehe mal hier lang weiter. Ich gehe mal hier lang weiter. Ich will den Tempel hier möglichst schnell verlassen. Und das sieht doch gut aus. Tschüss, Vati. Scheiß auf Hyrule retten. Ich muss Sidequests machen. Und die erste Sidequest wird ein Superspaß. Ich mache nämlich gleich erstmal Videopause. Dadadadam. Doch erstmal gehe ich da hin. Huhu. Der König ist in Gefahr. Aber ich will Sidequests machen. Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad 17% ist wieder die Chance Okay So, machen wir mal ein Spiel hier Das man auch wieder sieht Und das Ei bringt mir etwas Das ich schon habe So, ich werde dementsprechend wieder im Laden Muscheln kaufen, dann wieder hier hingehen spielen Rubine kriegen, Muscheln kaufen, spielen Und dann habe ich vielleicht auch gleich Wenn wir uns wiedersehen, alle Statuen beisammen Die es jetzt gibt, wir werden es sehen Bis dahin Warum sage ich bis dahin? Ich mache hier einen Schnitt Und dann sehen wir uns gleich wieder, also bis gleich So, da sind wir wieder Nachdem ich jetzt die ganze Zeit das blöde Spiel gespielt habe Und immer nur eine Muschel riskiert habe Bin ich jetzt mit 5% Bei nur einer Muschel wieder an dem Punkt Wo ich einfach alle Muscheln reinschmeiße Die ich habe, um garantiert eine neue Statue zu kriegen Und da dachte ich mir Das kann ich mit euch zusammen machen Dementsprechend geht es hier weiter Und dieses Ei Gibt uns ein Wolkenpirandia Hurra, da freut er sich Hat mich wieder über den Tisch gezogen Wie viele Muscheln habe ich? 555, das heißt ich kann auch 5 Statuen gewinnen Ich weiß nicht, ob ich damit fertig werde Könnte klappen, muss aber nicht 4% Ja klar mache ich das Äh Ich wollte aber nicht nur eine Muschel riskieren Da habe ich gepennt Wenn das jetzt neu ist, lache ich Ist aber äußerst unwahrscheinlich Ja, die habe ich ja schon seit Ewigkeiten Aber hey, 5 Rubine Yeah Ja, ich möchte es noch einmal ausprobieren Ja, ich möchte wieder ganz viele Muscheln riskieren Um die Prozentzahl ganz in die Höhe zu treiben Ja, läppische 97 Muscheln Klaro mache ich doch hier So, zack Gib mir ein neues Ei Und da drin ist Der Feuerpyromagus Da freut er sich Herzlichen Glückwunsch Ich habe dich um ganz viele Muscheln betrogen Für diese Statue Ja, ich möchte es noch einmal ausprobieren Wie viele Muscheln möchte ich einsetzen Ach, 98 Muscheln bitte Oh Gott, oh Gott, oh Gott Die, der mir hier die Muscheln aus der Tasche zieht Ist auch nicht mehr feierlich So ein Schweinepriester Ein gelbes Ei Was war denn in den gelben Eiern Ich denke mal, ich werde es erleben Ah, der Boss Das waren Männlein und Weiblein, die ich da gekillt habe Interessant So Klar will ich es noch einmal probieren Oh, noch einmal drei Prozent Dann muss ich ja auch wieder nur 98 Muscheln investieren Für eine hundertprozentige Chance Was ein Schnäppchen Was ein Schnäppchen Ja Los Zeig mir, was ich kriege Ein blaues Ei Was ist in den blauen Eiern? Bigoron Legendäre Corona Der größer ist als ein Berg Sag ich gerade kurz nichts zu Wird sich später klären Ach, zwei Prozent Da muss ich ja jetzt 99 Muscheln riskieren Ja, ich ziehe an dem Hebel Mach ich Chef Und es ist ein grünes Ei Ich glaube, das waren Gegner Normale Gegner Ich glaube Ein Eis Pyromagus Herzlichen Glückwunsch Ja Links ins Regal Wie viele Muscheln habe ich noch? 162 Das reicht für ein garantiertes Spiel 100 Muscheln 100 Prozent Gut, ich zieh mal an dem Hebel Ein grünes Ei Für einen Gegner Ah, blauer und roter Tod Herzlichen Glückwunsch Ah, er hat noch Mindestens eine Statue Für mich parat Sonst wäre er wieder umgefallen Aber hier Das sieht schon ziemlich voll aus Ich will nur gerade nachgucken Wie viele fehlen Eins, zwei Zwei fehlen Drei Oh Vier Es fehlen noch vier Stück Das hieße 400 Muscheln muss ich noch haben Mindestens So, was kann ich hier jetzt noch machen? Ich könnte in der Stadt mal gerade was nachgucken Na du Hühnertuse Oh weh, die Hühner sind weg Klar doch mache ich diese Sidequest jetzt wieder Pegasus Stiefel Aber du bist im Weg Pegasus Stiefel Momentchen mal Das hätte mir auch mal früher auffallen können Dass das geht Und Momentchen mal Wenn ich die hier rüber geschmissen kriege Kann ich auch rüber schwimmen Äh Ah, Navig Bist schon manchmal ein Witzbold Ja, leider Jaja, komm hier Ich habe jetzt alle Kniffe herausgefunden Du alte Schrägschachtel Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ah Eins steht noch. Wo war denn das Letzte? Hier ist das Letzte. Ach, dann schaffe ich es halt beim nächsten Mal. Ja, ja. Oh, weh, die Hühner sind weg. Klar doch. Mach ich doch als erstes hier das hier. So, renne ich mal da rüber. Äh, das ist jetzt nicht ersoffen. Das ist mir jetzt das weiße Huhn ersoffen. Das wäre wunderbar. Das ist mir das weiße Huhn ersoffen. Äh, das ist ja jetzt schön blöd gelaufen. Wenn das dann einfach ersäuft. Ah, so kann ich die Quest früher abbrechen. Wie praktisch. Wie überaus praktisch. Na dann. Auf zu neuen Taten. Klar doch, helf ich dir. Da, 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 da. Nein. Wo bist du denn jetzt? Muss das weiße Huhn? Muss das weiße Huhn hin? No. Kinder. Ist doch nicht mehr feierlich. Ist doch einfach nicht mehr feierlich. Ist doch einfach nicht mehr feierlich in die Psychfest. Du hast das weiße Huhn. Aber ich bin am richtigen Weg. So klappt's. Oh weh, die Hühner sind weg. Klar doch. Klar doch, meine Liebe. Ich habe ja sanft nichts zu tun. Ich bin die Hühner auch nur noch am Ertränken hier. Oh weh, die Hühner sind schon wieder weg. Klar doch. Boah, elender Postbote. Gibt's doch gar nicht. Ich drehe hier noch durch. Das sag ich euch. Klar doch, fange ich die elenden Hühner ein. Ich drehe hier noch mal. Zwei. Und drei. Komm ich hab sie Hombalстро. Zeit ist abgelaufen. Aus und vorbei. Oh, endlich das Herzteil von der alten Schreckschrolle. Klar doch, was kriege ich diesmal? Ist das jetzt wieder hier die gleiche Ecke, wo die Hühner sind? Sieht doch klatzer aus. Ah, fühlt sich schon gar nicht mehr so schwer an. Ist es auch nicht mehr. So, ich habe deine Hühner wieder geholt. Was kriege ich von dir? Was kriege ich von dir? Was kriege ich jetzt von dir? Ähm. Merkwürdig. Aber okay, hier zum Dank. Ah, nur noch 110 Robine. Naja, was soll's. Man soll dir auch nicht klagen. Dann hole ich uns noch flotten Herzteil, hätte ich gesagt. Und dann beende ich hier den Part. Hallo, Hundi. Tschüss, Hundi. Ah, einen Herzteil. Ah, gucke mal da. Ein Herzteil. Ah, ich muss groß werden. Kein Problem. Dadadada, Herzteil erhalten. 16 Herzcontainer. So, dann hätte ich mal gesagt, bis zum nächsten Part, wo wir weiter Nebenaufgaben erfüllen. Bis dahin, man sieht sich. Ciao.